Hier ist der Plan Kadett. Wir halten uns beim Angriff nicht zurück. Amerika wird vorbereitet sein. Wir müssen gnadenlos bleiben. Wir gewinnen. Wir werden gewinnen. Also, gibt es noch irgendwelche Fragen, Kadetten? Ah, Verräter, ihr macht euch in die Hosen, was? Feige Hühner. Bock, 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 bock. Nee, dann schill ich halt erst mal. Amerika wird's schon merken. Wenn ihr mir kein Öl mehr verkauft, dann zerstöre ich ihn einfach. Pearl Harbor, hier kommt meine Gehäumwaffe. Zoomen. Wo ist mein Salz? Erste Welle, Start. Unser Ziel, besorgt ein Foto von einem sinkenden Schlachtschiff. Hey, und wie ist dein erster Tag so bei uns? Ziemlich gespannt sogar. Okay, okay. Der Urlaub ist jetzt mal gestrichen. Zeit zum Kämpfen. Ich weiß doch nicht mal, wie ich kämpfen soll. Ich hatte die ganze Zeit nur Urlaub. Überraschung, kleiner Öl-Fanatiker. Was willst du von mir, Japan? Königreich Japan, wenn ich bitte darf. Und ich will, dass du mir weiter Öl verkaufst. Damit du weiterhin alle in Asien angreifen kannst. Na ja, ja. Ich werde nicht zulassen, dass du ihn die Freiheit nimmst. Wir werden Freiheit haben. Die Freiheit, mir zu gehorchen. Das ist nicht Freiheit. Du weißt doch selber nicht, was Freiheit bedeutet. Okay, das geht jetzt zu weit, du sag. Du willst Krieg? Dann bekommst du ihn. Seht ihr diese starke Flotte an. Schau ruhig genauer hin. Was? Nein! Sag cheese! Nein! Ah! Was hast du getan? Wunderschön. Und ich liebe es. Und damit wird dich bald niemand mehr fürchten. Da waren über tausend Männer auf diesem Schiff. Du bist doch komplett wahnsinnig. Na schön. Du willst es auf diese Tour? Die kannst du haben. Ich mach dich fertig. Wenn sie angreifen, müsst ihr den Kampf aufnehmen. Was? Wir müssen alle kämpfen? Ah! 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 Höchst du Kameraden? Die Flugpräzision war nicht gut genug, aber die erste Welle war ein voller Erfolg. Hier haben wir das Foto. Und jetzt müssen wir so viel Schaden wie nur möglich anrichten. Genug, um Amerika für ungefähr sechs Monate zu verzögern. Zeit für ein Aim-Training! Ich kann dich zielen! Verdammt! Das sind so viele Explosionen! Ich schieße einfach überall hin! Wow! Stehen gestanden! Ich erkläre es ein letztes Mal. Japan? Kaboom! Nevada fliegt aus Pearl Harbor. Ich mach's selber! Ich hoffe, Japan kommt nicht noch auf dümmere Ideen. Lass dich zu, dass Amerika zu den Schiffen kommt! Ich komm nicht zu den Schiffen! Ich brauch einen neuen Plan! Wo sind die Flugzeuge? Da! Zurück zu Plan A, schätze ich! Nimm das! Nein! Also das ist unfair! Gib endlich auf, Amerika! Du kannst nicht ewig vor mir davonlaufen! Jetzt wirst du untergehen! Ich werde niemals aufgeben! Du hast vielleicht ein paar Schlachtschiffe von mir zerstört. Aber ich versichere dir, mit diesem Angriff wirst du niemals davonkommen! Ich werde mich rächen! Und wenn ich zurückkomme, bin ich stärker als jemals zuvor! Also ich kann dich nicht hören! Merk dir also meine Worte! Willst du meinen neuen Trick sehen? Die Rakete, die kann einfach sprengen! Mann, das ist doch total unfair! Das war echt knapp! Bisschen sicher! Verdammt! Epische Landung! Hoho! Ich hab eine neue Idee! Nein! Schau dir mein dickes Katane an! Bist du sicher, dass du damit kämpfen willst? Hei-ja! Hei-ja! Du glaubst, du wärst stark, hä? Du dachtest, deine Flotte wär auch stark! Hei-ja! Meine Flotte ist stark! Wie geht es denn, Arizona? BW39? Oh, stimmt ja! Die ist ja kaputt! Ich hab sogar ein Foto davon! Hei-ja! 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 Wenn meine Grenzen geschlossen geblieben wären, hätte ich keinen Grund für mehr Krieg gehabt, um mich selber zu beschützen! Das ist alles nur deine Schuld! Das tut mir leid. Ich sag's dir ehrlich. Das war dumm. Warum? Du hast tausende Leben genommen! Und jetzt sagst du, das wäre meine Schuld? Das war allein deine Entscheidung! Und du hast den Krieg gewählt! Du hast Baby-Korea angegriffen! Hast dir Territorium unter den Nagel gerissen! Und was war das mit Nanjing? Nanjing war nur... Du kannst nicht andere Leute für deine Entscheidung verantwortlich machen! Du bestimmst deine Entscheidungen! Uuuaah! Oh, nein, 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 nein! Ah, bitte! Oh! Oh! Schau dir diesen Schaden an, den du angerichtet hast! Plagebericht! Zeit rausschlagen, um Asien einzunehmen! Mission abgeschlossen! Was? Verdammt, Japan! Es heißt verdammt noch mal Königreich, Japan! Ich habe allen den Trottel gezeigt, der du nun mal bist! Und jetzt wird jeder auf der Welt sehen können, wie mächtig ich bin! Ich habe alles erreicht, weswegen ich hergekommen bin! Deine Armee und Flotte ist dezimiert! Während du den Schaden beseitigst, kann ich mich in Ruhe der Eroberung Asiens widmen! So viele Amerikaner wurden getötet, wahrscheinlich auch Zivilisten! Neutralität ist keine Option mehr! Japan will Krieg? Dann bekommt er, was er sich wünscht!